Im Februar 1943 tobt die Schlacht am Kazarin Pass. Bei Spytler in Tunesien wird ein unbeschädigter, funktionsfähiger Charmin-Panzer erbeutet. Der Panzer mit dem Namen War Daddy 2 gehört zur ersten Panzerdivision Old Iron Sights. Der Panzer hatte den Schriftzug nicht ausschlachten, bestimmt für OKH, erbeutet von der ersten Kompanie Panzerabteilung 501. Im Juni 1943 wurde er beim Vergleich mit dem neuen Panzer 5 Panther Ausführung D vorgeführt. Er ging Ende 1944 an die Panzerbrigade 150 von Otto Skorzeny und wurde beim Unternehmen Greif eingesetzt. Neben Informationen in dem Film Fury Herz aus Stahl hatte Brad Pitt den Spitznamen War Daddy.